Hallo, herzlich willkommen, ich bin der Samtex Wookiee und jetzt gibt es eine Folge Battlefield Hardline, damit bin ich etwas im Verzug, aber deswegen gibt es es trotzdem und ich hoffe, dass es trotzdem noch angenommen wird und geschaut wird ein bisschen, ja, das ist Kampagne und da gibt es jetzt für eine Kampagne alle Erfolge von mir, der erste Erfolg ist, mittendrin heißt der, das ist also hier so ähnlich wie das Tutorial hier von dem Kollegen, jetzt wird gleich das Zimmer gestürmt und dann die Leute verhaftet, das ist der erste Erfolg mittendrin, kommt in der ersten Mission und Hotel durchsuchen, klopfen und dann rein, danach kommt, der nächste Erfolg wird sein, Schule hat begonnen, so heißt es, so heißt, das Stück, das sitzt in der Schule und der Erfolg heißt, buntes Häuflein, das heißt, ihr seid auf dem Dach und müsst dann alle Gegner, die was da rumlaufen, müsst ihr markieren, markieren dürft ihr keinen vergessen und das gibt einen Erfolg von 25 Punkten, das kommt nach dem Hotel durchsuchen hier und das weiter und danach kommt, ähm, gibt's 20 Punkte, Vorsicht, Vorsicht, das ist dann die, seit ihr in der Schule, gibt's die erste Verhaftung, ähm, müsst ihr den Kollegen verhaften, ähm, das gibt dann 20 Punkte, und zum Schluss von der ersten Mission wird nachher, ähm, eure Kollegin angeschlossen und die müsst ihr dann am Leben erhalten, eine Wunderabdrückung, habt nur eine Hand frei und ihr müsst die Kollegen, ähm, was versuchen, das zum Stürmen, die will jetzt zum Stürmen, müsst ihr dann, ähm, ja, erledigen und dabei die Kollegin am Leben erhalten, das gibt dem Erfolg mehr Druck, das sind 20 Punkte, mehr ist in der ersten Mission nicht möglich, also das sind praktisch 20, 40, 60, 80, sind 85 Punkte in der ersten Mission, wo man jetzt nicht verpassen kann, eigentlich, ähm, kann man das verpassen, ja, kann man schon, also man könnte das bunte Häuflein könnte man verpassen, das ist die, das sind die Gegner markieren, ähm, das kommt nach dem Hotel, dann Vorsicht, Vorsicht, das ist den Gegner verhaften, ohne dass sie es merken, den könnte man auch verpassen, theoretisch, und den mehr Druck, ähm, das ist der Schluss, den kann man eigentlich nicht verpassen, weil die Kollegin muss man so oder so schützen, und, ähm, ähm, ja, das dazu, jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit der ersten Folge bei Zivil Tatlern von mir, ähm, ich bin gespannt, ob man die Videosequenzen drin lassen darf, da hab ich ein bisschen schlechte Erfahrungen jetzt hat, ähm, mal schauen, also, ich wünsche euch viel Spaß mit den ersten 85 Erfolgen von mir, auch von Battlefield Tage ein, ähm, ja, der Rest wird als folgende Tage, mal schauen, ich wünsche euch viel Spaß noch, ähm, tschau, alle guten Team. Das ist die Polizei, das ist die Polizei, das ist die Polizei, mich, hm, hm, hm Ichнет das andere Ob nak isch, ich nehme mich an jemals, wir fangen auf der Matteo Richtung Norden, Wir brauchen Verstärkung. Wir legen von der Matteo auf die Crocker. Kreuzung ist sauber. Wir brauchen die Verstärkung, aber wir brauchen die Crocker. Wir brauchen die Verstärkung. Los, das ist auf Gas. Wir brauchen die Verstärkung. Wir brauchen die Verstärkung. Okay, wir müssen den ausschalten. Wir brauchen die Verstärkung. Wir brauchen die Verstärkung. Scheiße. Keine Bewegung! Wir haben dich durchstückt, Scheiße! Mach keine Dummheit! Mann! Du hast das Recht zu schweigen! Lick mich, verdammt! Oh, den Spruch kennst du schon, oder? Can I find the signs? I can taste the blood now I can taste the light I can see the sorrow I can find the light See the angel of death now She's slowly counting the time Come on Come on Come on What goes around comes back around When I see you again I'm gonna put you down It's coming back grand It's coming back grand It's coming back grand To get you Oh, 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 oh Was soll ich für euch tun? 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 Das war's für euch das Hey! Passt dein Ohrstöpsel? Ja, passt! Und der Sender? Sag mal was? Herr von Stauffenberg? Hey du Trottel, du bist nicht von Stauffenberg und auch kein Verräter. Geh einfach rein, schau, ob Tyson da ist und komm wieder raus. Klingt easy. Warum machst du es da nicht einfach selbst? Nächstuch Tab mit den Scannern. Dein Scanner ist mit allen Datenbanken auf lokaler und Bundesebene verbunden. Schöne neue Welt. Ich bin ein alter Penner. Folge ihm mit dem Scanner mal, damit er es nicht versaut. Hey Mann, ich suche Tyson. Tyson? Das ist nicht so einfach. Hamschan, Mann, jetzt lass mich nicht zu helfen. Alter, geh nach Hause. Ich muss Tyson sprechen. Ganz ruhig, kreis dich mal zusammen. Bruder. Geh. Geh. Geh einfach. Jetzt war ich okay. Lass ihn. Von dem kenne ich keinen. Lass den Scanner an und finde raus, was hier gespielt wird. Das Ding hat ein digitales Richtmikrofon. Scann den Bereich und hör zu. Wir sollten expandieren. Ist hier was? Hey, Fidel. Ganz schön dicke Luft hier drin. Ist Tyson da oder nicht? Ja, wir reden gleich. Verstanden. Lass ihn zweistöckig. Am besten noch Takt. Vier Stück. Tyson ist da hinten. Du hast fünf Minuten. Ja, danke, Mann. Tapp. Was willst du hier? Das ist Tyson. Scann E. Wir brauchen Beweise. Fuck. Es kann Tyson nicht sehen. Tja, ich weiß auch nicht, Mann. Der soll sich bewegen. Hör auf, überall nach mir zu fragen. Das ist zu gefährlich. Tyson. Einmal noch. Bitte. Mann. Setz dich hin. Ich schau, ob ich was machen kann, okay? No problemo. Kein Problem, Mann. Moment mal. Wer ist das? Keine Ahnung. Was sollen wir machen? Es kenne so viele von den Typen wie möglich. Oh, Scheiße. Die sind hinter Tyson her. Komm, wir müssen zu ihm. Los. Zentrale, hier 13. Hier wird geschossen. Wir greifen an. Alle Einheiten. Schießerei gemeldet. Ecke dritte und 33. Komm schon. Mendoza ist am Boden. Code 3. Wer ist alle? In der Nähe befindet sich ein 10-7-20. Wir müssen preis näher. Gut. Halt! Die Hände hoch! Kai, sieh mich ab. Kai, bleib bei mir. Oh, Scheiße. Kai! 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 Scheiße! Kai, halt uns! Ich bin bereit von den Seitenern. Wasser auf den Boden. Rutsche auf den Boden. Hey, wir sind Kops. Wir sind Kops. Sie ist verbunden. Ich glaube, es ist die Arterie. Du hättest leicht verbluten können. Hände hoch! Sofort! Das ist ja mal ne Begrüßung. Detective, wer ist das? Oh. Du meinst den? Kennt sich mit Tapellen aus. Das ist ja mal ne Begrüßung.